Ja, wir wissen natürlich, dass es sicherlich eines der schwierigen Spiele morgen wird. Wir wissen, dass Dortmund aktuell relativ gut in Form ist, viele Tore geschossen hat, was allerdings in unserem Plan grundsätzlich nicht so viel ändern wird, weil wir in jedes Spiel relativ gleich gehen, indem wir unser Spiel durchbringen wollen, indem wir am Ende das Spiel gewinnen wollen mit so wenig wie möglich Gegentoren. Aber wir wissen schon, dass es morgen eine sehr anspruchsvolle Aufgabe entspricht. Selbst auch den Ball zu haben, aber das wollen wir natürlich auch. Das ist auch unser Ziel und ich hoffe, dass wir das durchbringen können mit unseren Spielertypen, die wir haben und dann am Ende der Tage erfolgreich sind. Aber wie ich nach der ersten Frage schon gesagt habe, dass es für uns, glaube ich, ein recht guter Test ist, so ein Spiel hier in Dortmund in dem Stadion vor der Kulisse mit der Qualität des Gegners, um zu sehen, wie gut wir in dieser Saison schon drin sind und wie gut wir so eine Herausforderung auch annehmen können. Und ich bin recht überzeugt, dass wir gut in Schuss sind.